Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Check a Planet Coaster. Ich habe mir einen neuen Park runtergeladen und habe mir gedacht, den muss ich einmal präsentieren, weil hier sind ein paar fette Coaster dabei. Yes, das ist schön. Themenpark 619 habe ich runtergeladen vom Steam Workshop. Link ist in der Videodescription. Und was man sehen kann, Park ist in Progress. Das heißt, der ist noch nicht fertig. Das ist aber auch nicht schlimm. Das ist völlig in Ordnung. Und was man da hinten sehen kann, guckt euch diesen Bobby hier mal an. Einen riesen Coaster hat er hier gebaut. Ich weiß gar nicht, ob das der höchste Coaster ever ist, den ich hier gesehen habe. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, der lädt definitiv zum Testen ein. Also Creators hier, super Job soweit. Das sieht echt interessant aus. Auch hier extrem wilde Structure. Wahnsinn, was der hier für Metall reingeknallt hat. Das finde ich total toll. Es macht immer Laune, immer Spaß, sich so etwas anzugucken. Ja, was mir schon ganz gut gefällt, auf jeden Fall ist auch hier. Guckt euch das mal an von der Struktur her. Erdmännchen-Taktik lässt grüßen. Hier geht es rein. Da geht es raus. Da geht es hoch. Also Wahnsinn. Super cooles Design. Total lustig. Faszinierend, ja. Die Leute, oder zumindest ging mir das so, wenn man das erstmal anfängt, einen Planet Coaster zu kreieren. Dann hat man immer so diese 0815-Dinger. Da fängt man erstmal an überirdisch. Und hier ist schon einer bei. Der hat es gleich, wie gesagt, wissen wollen. Coaster. Water Ride. Alles übereinander gehäuft. Und es sieht auch mit den Bäumen schon echt einladend aus. Also er hat hier schon einiges gemacht. Ich bin so mega gespannt, wie das hier weitergeht. Total faszinierend. Wir sind hier. Von Kalam Hussein. Noch kein Kommentar. Work in Progress. Da steht sogar. Themenpark 619. Ach, veröffentlicht. Guckt mal. Aktualisiert am 2. Februar. Um 17 Uhr. Ey. Yo. Er ist am Ball. Das ist ja super interessant. Link gibt es in der Videobeschreibung. Ist klar. Und da werde ich, wenn es mir gefällt, auch einen Kommentar da lassen. So. Jetzt bin ich im Strata Coaster. Ich bin echt gespannt. Guckt euch das mal an. Die Stützkonstruktion. Da ist mehr Material drin als im ganzen Coaster. Junge, 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 Junge. Guckt euch die Pfeiler an da oben. Boah. Nicht schlecht. Das ist aber mal ordentlich. Oh. Das geht schon zügig los. Und das geht auch schon zügig runter. Wow. Geile Perspektive. Da sind unsere Schlitzpfeiler. Und nochmal geht es runter hier. Durch die Bäume, über die Bäume. Rauf und runter geht es hier. Gute Geschwindigkeit. Das gefällt mir. Das ist ein Coasterfreund. Wie er im Brügel steht. Schöne Drehung. Kurve in der Luft. In der Höhe. Fantastisch. sehr schön jo und richtung ja das mag ich ja die perspektive runter wasser und der coaster hört nicht auf es geht immer weiter der hat nicht mehr aufgehört zu bauen der wollte es richtig wissen ja gefühlt eine lange fahrt super cool super cool jo ein coaster freund wie er im bilder buche steht das ist jo autosave am ruckeln wieder hier sehr schön ja ich suche mir jetzt noch mal einen nächsten so der nächste coaster das ist der der so schön wild aussieht mit hoch und runter in den untergrund und gibt ihm da bin ich jetzt mal gespannt auch eine schöne geschwindigkeit boah klein drehwurm mit drin sehr gut jo sehr coole idee aber hautnah am boden vorbei da hat er das ganze ding dadurch durch den grund boden grund boden da gezimmert da setzt mein herrn auch schon aus weiß gar nicht was ich sagen soll hier ja coole ja coole Auch eine schöne Fahrt. Yo. Auch eine schöne Fahrt, Mann. Sehr gut. So, jetzt haben wir noch einen hier, den ich unbedingt testen muss. Sieht auch super interessant aus. Oh. Ach, Alter, da wird mir ja... Ich weiß nicht, wie heute das geht, aber... Ich weiß nicht, wie heute das geht. Das ist ein krasser Bild hier. Ey, Junge, 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 Junge. Ja. Bei jedem Coaster hat er das... ...individuell für sich angepasst. Und da die Details, da links der Brunnen. Ja, das ist so vom Stil her so... ...freie Fläche. Toll, ein Brunnen, eine freie Fläche. Ist egal. Cooler Coaster. Cool. So, kurzum. Theme Park 619. Cool. Coole Coaster. Ist im Progress. Es gibt viel zu sehen. Bin mega gespannt, wie es weitergeht. Das sind geile Vorlagen, wenn man selber was anpassen will oder nutzen will. Ich kann nur sagen, Daumen hoch. Gleiches Spiel. Fantastic Rides. Absolut. Ja, ja. Ich könnte auch noch was über den Park schreiben, aber es ist im Progress. Geht bestimmt weiter. Aber ich muss sagen, hier hervorhebend, ganz klar, sind die Rides. Sehr, sehr cool. Das hat echt Laune gemacht. Jetzt sind wir auch ein bisschen schwindelig, muss ich sagen. Ja, sehr schön. Ja, alles klar. Ich würde sagen, das war es für heute. Bleibt gesund, bleibt bei euch. Alles Gute. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. 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 Untertitelung des ZDF, 2020